Den Mann vom Fernsehen geben. Danke, danke fürs Kapottmachen. Was ist denn das hier? Was brauchen wir vielleicht? Ne? Ist das ein Turbo S? Ist das ein Turbo S? Wir schmeißen sowas weg. Ein Turbo S. Ruh'n noch da. Riech' dir eine Laune dran. Ja. Ich kann die Leute immer nicht verstehen. Kann man auch noch mal benutzen, zum verlängern oder so. Ne? Ich nehme das nur mehr. Ja. 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 So, jetzt fällt das alles runter hier, ne? Wo steckt das denn? Es ist wahrscheinlich noch alles in Ordnung. Man wird es wahrscheinlich noch verwenden können. Ich komm gleich! Ich pack das hier erst mit Ohren. Ich hab dir was zu trinken mitgebracht. Super. Das muss man so mitnehmen, ne? Brabst du ein Glas nie, ne? Na, Pöpi. Na, Süßi. Was machst du denn hier auf dem Sof? Was hast du denn für ein Kleid an? Ich hab mein Brautkleid an. Man kann ja nie wissen. Was denn für ein Brautkleid? Wo hast du das denn hier? Du, das hab ich schon ganz lange. Man weiß ja nie. Wie, man weiß ja nie? Meinst du, man weiß ja nie, ob man mal heiratet oder was? Na, du, ich will schon seit Jahren heiraten. Und ich hab jedenfalls schon mal das Brautkleid. Hast du schon wieder so viel geraucht hier in der Bude? Nein. Ich hab dir doch gesagt, weißt du, das ist genau, wenn du so viel rauchst und dann immer mit dem Schnapsball, dann brannst du die Bude wieder genauso ab wie deine eigene. Ja, das tut mir leid. Ich hab mich ein bisschen gelangweilt. Schau mal, ich hab was gebastelt. Wieso bist du gelangweist? Was ist das denn? Das weißt du nicht. Das ist ein Luftballon, ne? Genau. Jetzt, wo hast du sowas denn? Hey, warte mal bitte jetzt. Du, ich hab ja vor ganz viele Passen auf. Ich hab dir hier einen kleinen, kleinen, muss ich sagen, einen Rachenputzer mitgebracht. Supi. Ich mach erst mal den alten alle. Jo? Setz dich nicht auf meinen Teddy. Das mach ich schon nicht. Und hier, hast du hier auch geraucht? Nein! Es ist sowieso nach dem Sickerbrand, ich möchte sagen, eine zum Teil nur benutzbare Behausung, obwohl es an sich eine Mogulierung ist. Du musst jetzt nicht auch noch andere dafür sorgen, dass das hier noch ungewöhnlicher wird. Ich seh gar nichts mit Brille. Warte, in meinem Buch. Was denn? Willst du auch ein Bier? Oder trinkst du weiterhin immer so irgendwie in den Klaren? Ich trink auch mit dir Bier. Das ist das? Das ist noch ein Luftballon. Aber die sind nicht zu dünn für einen Luftballon, ne? Findest du? Ne? Warte mal, ich werde das gleich notieren. Was denn? Weißt du, man muss ja immer vorbereitet sein. Weißt du, was das ist? Es ist ein Pariser. Es ist ein reiner Pariser. Wieso hast du denn ein Pariser? Wieso hast du überhaupt eine Hochzeitskleiderbar? Pass mal auf. Ich möchte gerne heiraten. Und zwar schon relativ lange. Und ich dachte, falls nur zufällig einer kommt und mich schick findet, dann bin ich wenigstens vorbereitet. Aber da wohnst du hier bei mir in einem muggeligen Bude mit einem Hochzeitskleid. Wer soll denn hier vorbeikommen außer mir? Naja, der... Vielleicht Herr Kager, aber der hat ja schon mal einen. Ich könnte ja nachher nochmal rausgehen, oder? Wieso gehst du in einem Hochzeitskleid raus um die Zeit? Ja. Du bist für mich... Du bist so eine total verrückte Nudel, das werde ich dir mal sagen. Ja. Wieso hast du... Ich verstehe das gar nicht. Wieso hast du denn noch die... Du hast doch nur aus der Brandwohnung... Du hast doch nur die Tasche mitgebracht und den Sack. Meinen Kleidersack habe ich mitgebracht und... Hast du schon wieder zu... Du hast schon wieder viel zu viel getan. Nein. Nein, ich habe... Meine Schuhe sind zu groß. Deine Schuhe sind zu groß. Das sage ich auch immer. Ich habe eine Lederallergie. Immer wenn ich mit einem dicken Kopf aufwache, habe ich Schuhe an. Ich habe... Ich habe... Ich habe mitgebracht unser Fotoalbum von früher. Ich habe meine ganzen Braututensilien mitgebracht. Aber wieso hast du denn da? Ich habe ein paar Hausschuhe. Dann habe ich eine 1a Kaffeemühle mitgebracht. Ist das eine reine Kaffeemühle? Das ist eine reine Kaffeemühle. Die können wir ja sogar vielleicht noch verändern. Nein, nein. Das ist meine Kaffeemühle. Okay? Da kann ich doch vielleicht Farbe drin machen. Wenn man jetzt mal so einen Ziegel da drin zerpulvert. Ich habe das schon mal gemacht. Dann hat man Farbe. Okay. Aber das ist aber eigentlich für Kaffee. Weil ich trinke ja einen Kaffee. Und so schnell konnte ich ja nur aus der Bude auch nichts hatten. Was habe ich denn noch mitgebracht? Aber Püppi, jetzt sag ich mal wirklich ganz ehrlich jetzt. Komm, ich setz dich mal her. Das ist ja auch niedlich. Das ist ja von früher sogar noch, ne? Mhm. Das war doch damals, als du in der Kinderlernverschägerung warst. Weißt du, dass du sagen, die fertig, ne? 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 Warte mal, ich sehe ja ohne Brille gar nichts. Wie ist denn das? Das bist du, glaube ich. Ne, das ist Madonna. Madonna, du bist ja Madonna. Du bist für mich eine reine Madonna, so wie du aussiehst. Weißt du, wie du aussiehst so ein bisschen? Hier wie Julie Roberts in Noddinghill, wo sie Richard Gier heiratet. Jo. Weißt du, das ist doch Noddinghill, ne? Noddinghill? Oder ist das Richard Gier? Jetzt, das ist das Stichwort. Gier? Jo, hab ich auch. Oh, das pelt, aber du. Gib mal her. Nee. Wieso, das ist ein erstklassiges Bier. Aber jetzt, jetzt, mit der, wieso hast du denn überhaupt diese Dinger? Weil ich... Das hält aber so keine, keine Befruchtung ab. Du weißt doch, was das ist, ja? Was in Pariser ist, weiß ich wohl. Ja, und woher? Aus Paris. Ach so, verstehe. Ne? Ne? So wie du rauchst, war auch richtig viel. Ich weiß was, ich mach mal. Du hast so ein großes Feuerzeug, damit du das... Also, ich hab auch ne Taschenlampe. Ich mach ne Iris-Kontrolle. Du hast auch schon was getrunken. Ich guck ein bisschen, das ist nur ein leichter Weichmacher. Zum Feierabend. Ein leichter, geschmeidiger Weichmacher zum Feierabend. So seh ich das auch. Warum hast du denn das an? Das macht mich ganz durcheinander. Was hast du denn dagegen, dass ich was anhabe? Das macht mich durcheinander, dass du um diese Uhrzeit ein Hochzeitskleid anhast. Warum hast du das denn an? Wieso hast du das überhaupt dabei? Weil ich gerne heiraten möchte. Ich wusste gar nicht, dass du das hattest überhaupt. Das weiß eben keiner. Und wann hast du das denn? Jetzt kann ich das auch wieder raufstellen, ne? Weil du hast ja eh alles rausgekriegt. Das hab ich mir gekauft. Ne, eigentlich hab ich's mir nicht gekauft. Eigentlich, ähm... Das sieht aus wie ein Käseigel. Das, das ist ein Igel. Das ist ein Zigarettenigel. Aber kann man den als Dego bei einer Party benutzen? Das hat man gleich. Ne, das ist einfach praktisch. Weil, weißt du, du rauchst alle. Es sieht auch ein bisschen aus, wie wenn man mal sagen, kennst du diese, wenn man... Ich rauch du ne. Komm, eins hoch. Ich rauch du ne. Komm, wir haben ja früher auch zusammen gemacht. Eins hoch, los. Rein damit. Puh, Puh, Puh. Komm, 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 komm. Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh. Rauch, äh, äh. Puh, äh. Pädda von Ende genauso wie bei Schildkröten immer. Lass, hör mal auf. Immer wie bei Schildkröten. Der ist auch, der Krötenmann, der hustet auch immer so, wenn er kommt. Ich... Es ist schon Auswurf, schon mitte weit. Es ist, er hat mitte weit. Aber weißt du, was mit denn... Du weißt du was? So kann ich überhaupt nicht mit mir reden. Du bist für mich ne Grazie, ne reine Grazie. Das möchte ich dir sagen. Ich dachte, wenn Judy Robes in Noddinge... Ja, mit Richard Gere. Entschuldigung. Weißt du, du hast so viel getankt. Du bist für mich eine Prinzessin. Du musst auch Prinzessin haben, Erbsen, unter der Matratze drunter. Ich habe auch eine Erbse. Warte mal, wo ist denn die? Aber weißt du, mit den Heiraten ist das ein ernstes Thema. Och, scheiße. Wie denn die Scheiße? Was heißt das denn? Wo ist meine Erbse? Was ist denn das? Da bin ich schon dreimal dran hängen geblieben. Das ist Honig. Das ist mal alt gewesen. Das ist ein reiner Fliegenfänger. Aber der ist natürlich schon ein bisschen älter. Da bin ich mit meinem Schleier schon dreimal dran hängen geblieben. Das sieht so aus. So sollst du das aber auch nicht machen. Es ist nachträglich von mir. Es wird von mir alle zwei Wochen abgerollt. Ne? Ja. Ne? Mit einem Plastikkochlöffel wird es... War irgendwie ein Handkommunthalt. Du hast doch einen Schutz davor. Du hast doch jetzt einen Schutz davor. Es bleibt mir doch unbillt. Aber du musst mir nicht ins Gesicht schulpsen, oder? Es pehlt doch ab. Es ist doch ein reiner Schutzschild, wie bei kriegte Sterne. Du drängst das durch den Vorhang durch. Hör Logo. Ich suche, du bist ver... Weißt du was? Weißt du was? Mit dem, ne? 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 Das rolle ich einmal mit einem Plastikkochlöffel, rolle ich das ab. Das sind die ganzen Fliegen weg. Und dann nehme ich den normalen Heidehonig. Den lieblichen Heidehonig. Und wer bleibt dran kleben? Ich. Und die Fliegen auch. Scheiße. Jetzt hier, setz dich mal wieder hin. Weißt du was? Weißt du warum bei Ostfriesen immer hinterm Hochzeitswagen ein Mistwagen dahinter fährt? Um die Fliegen von der Braut abzulenken. Ich kenne dich das, das ist ein Witz, ne? Das soll ein Witz sein, aber irgendwie bei mir stimmt's, ne? Weil die Fliegen bleiben dran hängen und ich auch. Können wir uns da doch nicht immer gleich so... Mit den Heidehoten, tatsächlich. Ich wusste nicht, dass du Heidehonig bist. Was 모양 der Nescene zuerst? Weiß ich nicht. Das klippt ja total. Pöpiirateste gucke. Pöpiirateste guck. PUpiirateste guck. Pöpiirateste guck. Pöpiirateste guck. Du kannst mit dem Blasten beim Buch raunk. Das sind doch gar nicht deine Haare. Das sehe ich ja jetzt erst. Das sind Externations. Ich habe immer gehört, es gibt Externations. Das sind keine Externations. Das ist eine Verlängerung. Nein, nein, das ist echt. Wann war denn das letzte Mal ein Mann da, der dich heiraten wollte? Ich lasse aber noch mal mehr Zeit zum Nachdenken. Das kann ich nicht richtig dran erinnern. Vielleicht steht das auch in der Frage. Ich hatte ja auch immer eine Lüte. Ich hatte nur. Ja, und? Die hat doch nur mal Katzenfutter gekocht als Pastille, weil ich das empfohlen habe und die hat sie mich rausgeschmissen. Und dann ist sie rausgeschmissen. Wie, du hast Schabby gefressen? Nee, das ist Schiebe. Schiebe, kennst du von der Katze? Ja, da wo Petersilie drauf ist. Genau, das haben wir gesehen und da habe ich gesagt, das machst du uns mal zum Essen. Ich habe das schon mal Engo gesagt, der hat das nicht geglaubt. Das ist wie, weil das ist eine Werbung drin mit der Pastille. Und deine Lütte hat das gemacht. Da habe ich gesagt, das machst du uns mal, weil die Frau in einer reichen Werbung. Das ist eine reiche Werbung. Da geht sie lang und stürzt aus so einer Pastille. Und dann legt sie noch ein bisschen Petersilie bei mit der Gabel. Ich weiß, ich kenne die Werbung auch. Und dann läuft am Ende eine Katze durchs Bild. Das kann ja keiner ahnen, dass das für die Katze ist. Aber das war doch eine Katzenwerbung. Also eine Katzenfutterwerbung. Na, du saust ja auch in deiner Wohnung rum, ne? Es perlt über. Aber weißt du, es ist auch Alkohol drin. Und da ich hier einen Fluorphase-Teweich habe, der nicht selbstreinigend ist, das Alkohol, ist es mir sagen, es ist schon weg. Es wird, es wird mir sagen, absorbiert. Es ist ein Absorbordel drin, ne? Einen reinen Absorbordel. Endlich. Willkommen beim Freien alles raus, es ist keine Mieterzeit, ne? Aber sag mal jetzt, weißt du was, wo wir jetzt hier so... Puschelig. Wo wir nicht beieinander sitzen, ne? Mhm. Es ist auch ne reine Tragik mit dem Klad. Sag mal, warum denn? Das steht mir doch. Es steht ja gut, aber wenn keiner da ist, der dich vor den Altar führt. Willst du? Soll ich dich heiraten? Doch geh doch Gefängnis ab. Ach, fuck. Ich kann dich doch nicht heiraten, dann geh doch Gefängnis ab. Dann machen wir das in Las Vegas. Geht das? Da geht alles. In Las Vegas geht? Ja. Da können wir heiraten? Ja. Und dann muss ich mit dir zusammen, ohne so Dormann schon schwierig, mit dem Etagenbett. Du, weiß ich jetzt auch nicht. Jedenfalls kann man da heiraten. Ich will heiraten. Ich will heiraten. Ich will heiraten. Weißt du, du als Frau, ne? 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 Du hast das ja viel leichter. Du wirst ja mal sagen, du kannst dich ja nehmen lassen. Unser einer muss sich, unser einer muss sich, muss sich bemühen. Ich muss herumgehen. Ich muss Maulaffen fein halten. Ich muss sagen, bitte, junge Frau. Und ... Ich hätte mal ... Pass auf, pass auf. Dann sag mir mal, wie man sich nehmen lässt. Okay? Dann mach mir das mal vor. Wie man sich nehmen lässt? Ja. Du musst dich rar machen. Rar machen? Wer beliebt sein will, muss sich rar machen. Nee, ich meine aber jetzt so direkt. Also, wenn ich mich rar gemacht habe ... Du hast dich jetzt bereits rar gemacht? Ich habe mich komplett rar gemacht. Dann setz dich mal hin und mach dich mal noch weiter rar. Ja, wie macht man das? Setzen? Du, das kannst du ja wohl noch in deinem Zustand. Ja, aber das ist ja kein Grund, mich zu heiraten, oder? Es kommt drauf an, wie man sich setzt. Wie man sich bettelt, so liegt man. Wie man nicht setzt, so steht man. Okay, dann ... Bibi, hilf mir mal. Bibi, bist du doch ... Ich bin ... du bist Bibi. Ich bin ... Bibi. 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 Wir kriegen schon alles durcheinander, wie wir früh waren. Oh, meine Süßen. Komm, ich möchte dich mal in den Arm nehmen. In den Arm aber nicht wieder zu drücken, wie damals. Als bei mir, mein Mann, das, wo ich selbst aus der Streichholzschachle den Hamburger Michel gebaut habe. Und dann hast du mich gedrückt und dann wurde er kaputt. Das ist eine Rarte. Ja, umgefallen. Ja, so machst du dich bestimmt nicht wahr. Scheiße. So nimm dich keine, wenn du die Flasche auf ... in die Flasche besorgen um willst. Pass mal auf. Wenn du wirklich heiraten willst, ne? Dann muss ich mich erst mal richtig hinsetzen. Du klebst noch. Jetzt klebst du nicht mehr. Es ist ... Es ist der Heidehonig. Der Heidehonig hat eine gewisse Festigkeit. Eine reine gewisse Festigkeit. Aber er ist mild im Geschmack. Deswegen ist er auch weich. Es ist eine Klebrigkeit. Nee, das kannst du nicht essen. Jetzt hast du nur die Fliege mit aufgegessen. Da war doch eine dran. Ihhh. Im Moment sind es ja nicht so viele. Das war nur eine. Ich zähl die doch immer. Ich hab doch eine Statistik. Ich hab schon Fliegeboden vertreten. Das macht aber nichts. Das hat Rüdiger Nebeck auch manchmal gemacht. Kennst du Rüdiger Nebeck? Das ist der Konditor aus Hamburg, Wandsberg. Der von Fliegen und Morden und Schabernack und so ist. Der ist doch Schabernack. Der ist Schabernack. Der ist Schabernack. So, jetzt aber ... So! Pübi, jetzt pass mal auf. Ich will dir besorgen. Mit den Heiraten jetzt. Na, ich auch. Du bist ... Darf ich offen sprechen? Nein. Sonst kommen wir nicht an die Wahrheit ran. Du bist für mich ... Du bist für mich eine Traumpartie. Das ist meine Meinung. Dann nimm ich. Aber ich kann dich nicht herröten. Ich bin nur dein Bruder. Dann nimmst du einen, der so ähnlich aussieht wie ich. Das kannst du machen. Das ist vom Gesetz her. Ich kann dir keine Reisenachlasswege spendieren. Wo soll ich das denn von hier nehmen? Ich könnte hier was verkaufen. Oder von meiner Gerede. Von meiner Patente. Das könnte ich machen, dass ich so viel Geld hab, dass wir nach Las Vegas fahren. Dann mach das doch bitte. Aber ich ... Du kannst doch nicht in die Gute Seide. Was ist das? Sarteng oder Seide? Beides. Beides. Das ist verwoben. Da ist auch ein bisschen He-Lanka noch mit drin. Was? He-Lanka. Was ist denn das? Und Chinchilan. Ja, das ... He-Lanka, Chinchilan, Sarteng, Brokot. Das ganze Programm. Verwoben in einem feinen Plateau-Plafon zur Heirat. Wie Julia Roberts mit Richard G. in Notting Hill, Notting Hill. Das ist meine Meinung. Und wenn du dich jetzt rar machst, wenn du dich rar machst, man kann doch zum Beispiel Bescheid sagen. Und kann sagen ... Bescheid. Da ist eine Traumfrau. Ne? Ne? Ne?